Heute zeigen wir euch Reliefstäbchen aus halbem Stäbchen. Das halbe Stäbchen wie gewohnt häkeln, aber nicht in die Maschenschlingen stecken, sondern um den Maschenkörper häkeln. Einen Umschlag machen, um den Maschenkörper, den Faden holen und durch die drei Schlingen ziehen. Noch einmal einen Umschlag machen, um den Maschenkörper der Vorreihe oder Vorrunde häkeln und den Arbeitsfaden durch die drei Schlingen ziehen. Anschließend zeigen wir euch noch ein paar Mal die Vorgehensweise und wenn ihr wissen wollt, wie Reliefstäbchen aus einfachen Stäbchen gehäkelt werden, dann klickt doch unten einfach auf den Link. Vielen Dank.